Wir kennen jetzt die komplette Kartenliste aus Battle of Legends Crystal Revenge Wir hatten unter der Woche jetzt die Influencer Openings, das heißt dadurch kennen wir jetzt alle Karten Wir haben auch eine Starlight schon bestätigt bekommen, es wird wahrscheinlich noch eine zweite geben, die ist bis jetzt noch nicht bekannt Aber wir gehen aber ganz kurz über den kompletten Inhalt drüber Die neueren Karten sind nicht ganz so spannend wie die Reprints Wir gehen jetzt aber ganz durch, hier ist nochmal die komplette Kartenliste, hier seht ihr sie einmal Gehen wir einmal ganz durch durch, zack 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 Wir sind einmal aktuell 97 Karten, es werden wahrscheinlich nachher 100 sein, also uns fehlen noch 3 Karten, die noch nicht drin sind Wird sich zeigen was passiert in dem Set Wir werden einmal ganz kurz über ein paar Karten aus dem Set sprechen Wir haben ja zuerst hier die ganzen neuen Karten Und man muss leider sagen, dass die neuen Karten, ich nenne sie mal mediocre Das heißt die sind zwar theoretisch spielbar, aber im aktuellen Format Ja, machen die nicht so viel, hier sind ein paar interessante Karten dabei Wir kriegen hier Dungeon Dice Support für die Deckthemen, die jetzt Duke Devon gespielt hat Wir kriegen hier Clockwork, die alle Monster auf dem Feld zu Maschinen macht, was ziemlich cool ist, wenn ihr mich fragt Wir kriegen hier logischweise die Advanced Crystal Beasts Wir kriegen noch ein Reprint von Rainbow Bridge oder kommen wir gleich noch zu Und wir kriegen hier auch ein paar Der Doodle Beasts Die einfach todeswitzig sind, das sind halt Dinos Monsters, die halt so gekritzelt sind Das ist ganz witzig Die G Golems, die mit Token arbeiten und Link Climben können Alles schön und gut Und ich glaube nicht, dass irgendeine von diesen Karten, die ihr jetzt hier sehen werdet Irgendwie in den nächsten Monaten relevant wird Lest euch die auf jeden Fall mal durch Denn die sind an sich nicht kacke Aber halt auch aktuell nicht gut Und wahrscheinlich auch nicht irgendwie spielbar oder so Aber es gibt so ein paar ganz niente Interaktionen mit anderen Deckthemen Deswegen, falls ihr nicht habt, wo ihr die Karten spielen könnt Vielleicht findet ihr ja nette Kombo mit den Karten, die jetzt hier neu drin sind Auf jeden Fall nicht der Fokuspunkt von dem heutigen Video Bevor wir jetzt zu den Reprints kommen Noch ein bisschen Werbung für die Jungs von Sleeves Sheev Die haben es geschafft, Border Sleeves zu machen Für eure Oversleeves, für euer Extra Deck, für das Main Deck Die sind richtig geil geworden Guckt euch die Dinger einfach mal an Ihr könnt die ab heute vorbestellen Und ab dem 16. gibt es die automatisch im Shop verfügbar Guckt mal rein, Link ist in der Videobeschreibung Viel Spaß damit Und die sind, sagen wir es mal so Nicht kacke Nicht unglaublich gut Wenn wir jetzt das vergleichen mit Magnificent Mavens Hat es einfach die besseren Reprints Aber dieses Set hier selber Hat ein paar sehr spannende Karten Denn es sind viele Karten hier reprimandet worden Die vorher relativ teuer waren Dazu zählen logischerweise nicht die ganzen Krispies Karten Die waren vorher eh nix wert Das ist ganz cool, hier die kriegt ein Upgrade Why not, I guess Wie gesagt, die Rainbow Bridge sind nochmal drin Dann kriegen wir ein paar Karten von dem Blackpink Deck Thema Was ich sehr cool finde Was halt die etwas teureren Karten ein bisschen günstiger macht Für alle, die hier halt Blackpink spielen wollen Aus dem neuen Darkman Blast Set Können jetzt hier den Access zu den Karten bekommen Dass sie nicht mehr zu teuer sind Nach diesen ganzen Team Deck Karten Die jetzt in den letzten Wochen rausgekommen sind Gibt es logischerweise jetzt hier noch einmal ein paar Reprints Die vorher wirklich teuer gewesen sind Und das wird einmal zu den vier Tugendkarten hier Also die beiden hier Und einmal die hier Werden tatsächlich Secret Rests sein In dem Set Weird Achja, habe ich noch gar nicht einen Wink gehabt Dieses Set ist ein All-Foil-Set Mit Secret Rests und Ultra Rests Das heißt, ihr könnt keine Rarität weniger ziehen als Ultra Rests Also jede Karte, die ihr seht Ist nachher eine Holung Und das sind übrigens fünf Tonkarten Ich kann nicht zählen Aber dann haben wir natürlich auch hier Aber dann haben wir auch hier das Chaos Monster Sehr cool, dass die hier mitbekommen Die war nachher auch wieder ein bisschen teurer Chaos Figüre Auch langsam vom Preis ein bisschen hochgegangen Genauso wie Chaos Base Von Preis Ich sage nicht explodiert Aber ganz schön nach oben gegangen Also gut, dass ihr hier einen Reapen bekommt Die beiden Karten hier Cool, dass ihr auf jeden Fall jetzt auch einen Print bekommen habt Die war glaube ich OCG Exclusive Wenn ich es richtig in Erinnerung habe Die hatten wir vorher schon Also gut, dass wir die jetzt haben, I guess Dann der kriegt einen Reapen Der ging vorher auch nichts Aber jetzt kommen hier die Sagen wir die wichtigen Reapen Denn wir haben mal DidiCrow Die langsam so auf die 10 Euro zugesteuert ist Gut, dass ihr jetzt hier im Reapen bekommt Damit die wirklich deutlich günstiger wird Das gleiche gilt auch einmal für den Kettenkobold hier Der Kettenkobold ist jetzt auch deutlich günstiger Der war vorher auch 5 Euro oder so Das ist auch wild gewesen Der Tokenkollektor ist aktuell nicht mehr so relevant Aber cool ist der hier drin ist Der Koki Mairou Der hat ja die Megazins gedodged Denn der hätte da eigentlich drin sein müssen Deswegen war das eine 20 Euro Karte Für keinen Benefit Weil es kein Deck gab Wo die halt gut spielbar war Außer Elmencibator Das Deck ist aber einfach tot gewesen Jetzt ohne Hayek sogar noch ein bisschen schlimmer als vorher Deswegen hat die eh keiner gespielt Deswegen ist es schön, dass ihr jetzt ein Reapen bekommt hier Danach wird hier gar nichts mehr gehen Dann sehen wir zwei alte Synchromonster hier Die Karte seht ihr jetzt nicht Aber das ist Hades Das ist Hades Synchromonster Netter Reapen Vielleicht kriegen wir nach Zukunft irgendeinen Support für Deshalb ist hier drin keine Ahnung Dann haben wir Savage Dragon Das ist ein sehr cooler Reapen Weil auch der ging langsam wieder so ein bisschen nach oben Also auch gut, dass er hier drin ist Der Nomon Drache Der ging auch so knapp 10 Euro Was krass war, weil er eigentlich nicht wirklich gespielt wurde Noch ein Reapen ist auf jeden Fall ziemlich nice Dann haben wir einmal F-Zero Der wurde hier nachdem die Lohless Vögel quasi gejobblockt würden Und die jetzt nicht mehr irgendwie spielbar sind Ja, eh nicht mehr gespielt Deswegen ist der vom Value eh ein bisschen gefallen Jetzt hat er hier nochmal ein Reapen Ist ganz cool Dann haben wir noch einmal Patchwork Was sehr cool ist Dass ihr hier nochmal ein Ultra Reapen bekommt Also nochmal ein High Reapen Für die, die halt wirklich Deathbatch spielen möchten Mit der Engine Mit dem Kettengobold Der jetzt hier auch drin ist Dann, was mich sehr freut Wir kriegen ein Ultra Rare Slamanget Kreis Hätte jetzt nicht sein müssen Aber es ist nice to have Dann kriegen wir noch einmal Destiny Fusion als Reapen Was sehr cool ist Dann kriegen wir einmal Das Plunder Equip Spell Ding Was auch schweineteuer geworden ist Seals ist auch richtig teuer geworden Ist aber nach dem Leak, der gekommen ist Schon so auf 6 Euro gefallen Wird also jetzt hier in dem Set auch wirklich sehr sehr günstig sein Haben wir jetzt den Vendor Red Slayer Der auch vom Preis Langsam ein bisschen nach oben gegangen ist Gut, dass ihr jetzt hier den Reapen bekommt Wird auf jeden Fall deutlich günstiger Selin auch eine Karte, die schweineteuer war Die jetzt nichts mehr gehen wird Logischerweise hier auch der Reapen Weil dadurch, dass Hulk tot ist Macht ihr auch nicht mehr ganz so viel Der Exes Code Talker Secret Rare Reprint Wird sehr viele Leute auch freuen Weil ihr damit halt nur eine schönere Karte kriegt Als halt die Gold Rare Dann haben wir noch einmal Blackbeet hier als Reprint Was sehr cool ist Wir kriegen noch einmal Die Moon Maiden Was ich auch sehr gut finde Und wir kriegen einmal die beiden Link Monster Von unserem tollen Kizzakill Deckdema Oder wie auch immer Die beiden Link Live Twin Live Twin Mein Gott Irgendwann merke ich es mir Also für ein Live Twin Deckdema Kriegen wir diese beiden Link Monster Die eine Die was ziehen kann Die ging ja auch so 20 Euro Die andere hat so bei 8 rumgepimmelt Ist jetzt also nicht so krass Aber war schon halt für das was sie tut Ein bisschen teuer Muss ich einfach hierbei sagen Ja alles in allem Das Set ist ganz nett Ich würde es mir jetzt nicht besorgen Wenn ich ihr wäre Also Seabrook würde ich dafür nicht holen Aber die Einzelkarten daraus Wenn ihr die Karten braucht Holt euch die Also die werden ja wirklich nichts kosten Oder sehr sehr wenig kosten Deswegen holt euch die schönen Kopien davon Wenn ihr die schönen Kopien noch nicht habt Dann würde ich sagen Das war es mit dem heutigen Video Bis zum nächsten Mal rein Ciao Leute Bis zum nächsten Mal覽